Heute ist wieder Rohkost-Potluck. Und es schneit. Und es ist 0 Grad. Sehr geil. Ich bin gespannt, der kommt. So, und jetzt geht es zum Rohkost-Potluck. Tatsächlich sind hier 0 Grad und Schnee. Man sieht es hier so ein bisschen unten. Das fängt langsam an. Das erste Rohkost-Potluck, was komplett im Freien stattfindet, wenn es die Temperaturen hat. Und ich bin extrem gespannt, wer heute kommt. Und ja, ich habe sogar ein paar Ohrschützer. So, wir sind hier angekommen an dem Parkplatz. Und ja, da ist noch Luft nach oben, würde ich sagen. Da hinten vom Orkan, da hat es vor kurzem was weggeweht. Und ja, hier steht im Endeffekt ja ein Auto, was nicht zum Potluck gehört. Was hier von der Gaststätte oder was hier in der Nähe ist. Und na ja, also sind wir wahrscheinlich wieder mal die Ersten. Aber wir sind mittlerweile schon zu fünft. Fünf Leute. Immerhin. So, jetzt brennt schon das Feuerscheinfach, wenn ich angefacht. Erst kleine Stöckchen genommen, dann Papier. Komplett ökologisch. Ne, ist gelogen. Wir hatten ja so Feuernfacher. Übrigens, Brennspiritus ist besser als diese Pasta irgendwie. Irgendwie so eine Pasta. Wir schreiben Geschichte. Das erste Rohkostpotlack beim Schnee. Ich weiß nicht, ob man das im Video erkennen kann. Aber es schneit. Es schneit Rohkostpotlack beim Schnee. Und ihr seid nicht dabei. Ich habe es euch gesagt. Ich habe es euch bei Facebook gesagt. Ich habe es euch bei YouTube gesagt. Ich habe es euch bei Instagram gesagt. Aber ihr seid nicht dabei? Alle sind dabei? Ihr nicht? So. Die liebe Jasmin. Die liebe Jasmin ist von woher gekommen? Auf jeden Fall weit weg. Ja. Also mehrere Stunden in München. Und hat trotzdem einen Holzscheiden mitgebracht. Es ist so geil. Es ist so geil. Das passiert nur beim Rohkostpotlack. Und jetzt kommt noch die Sonne raus. Sehr geil. Und es ist, also am Feuer ist es mega warm. Und auch so, also mein Stink ist 0 Grad. Aber es ist also nicht wirklich kalt. Finde ich zumindest. Weil halt auch gar kein Winter ist. So. Wir warten jetzt noch auf zwei, drei Personen. Das Buffet für mich gleich. Es ist so unglaublich. Es ist Winter. Es ist tiefster Winter. Wenn ich einfach mal so sage, dass Ende Januar tiefster Winter ist. Und ja, die Leute kommen zum Rohkostpotlack. Und da hinten, dort, da hinten, da kommen jetzt noch vier Leute. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, einzehn, zwanzig, zwanzig, einzehn, zwanzig, dreienundzwanzig. Dreiundzwanzig Leute. Dreiundzwanzig Leute. Normal beim Rohkostpotlack, die jetzt nicht ganz so gut besucht sind, wenn Regen so sind, so manchmal auch 30, 35 Leute. Das heißt, der Winterpotlack ist quasi fast identisch mit dem normalen Rohkostpotlack. Und Silke ist noch nicht da. Silke kommt auch noch. Und es kommen noch zwei, die gesagt haben, dass sie später kommen. Und Matthias kommt auch noch. Das heißt, wir waren heute locker 30 Leute. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich, dass so viele Leute auch im Winter kommen. Und klar, manche Leute sind weit hergereist. Aus München, aus Stuttgart, aus Mannheim heute, aus Frankfurt. Und es ist einfach total schön. Wir machen einen richtig geilen Abend heute noch nach dem Rohkostpotlack. Wir werden natürlich 15, 16 Uhr, wenn es dunkel wird, langsam zurück. Und dann haben sie noch zu Hause einen schönen, warmen Tee und dann gemeinsam Geschichten erzählen, kuscheln und spielen. Oder Bock haben, Talking Circle. Und ja, es ist einfach, ich liebe den Rohkostpotlack und ich liebe das. Und die Menschen, ja, der eine hat auch gesagt, der ist wie erschlagen worden. Der kam ja an und sagt, ich habe schon nie erlebt so viel Herzlichkeit, so viel Liebe, so viel, ja, einfach so viel Menschlichkeit, wenn man hierher kommt. Das ist man überhaupt nicht gewohnt. Und da rennt die ganze Zeit mit so einem Grinsen rum und sagt, das ist total schön. Es ist einfach, es ist auch total schön. Und deswegen, vielleicht habt ihr Lust, das nächste Mal mit dabei zu kommen. Vielleicht ist es Schnee und vielleicht regnet es und vielleicht gewittert es und donnert es. Naja, dann ist es eben so. Aber wir haben uns. Das ist das Wichtigste. Ich liebe euch. Okay, wir fangen an. Mittlerweile sind wir doch einige geworden hier zum Winter. Sehr geil. So, das ist ein Möhrenkuchen. Chris? Möhre? Ja, Möhre. Möhrenkuchen. Mehr braucht ihr auch nicht. Fast kein Fett. Fast kein Fett? Eigentlich keinen. Ist noch was drin in der Möhre? Einfach nur Möhre? 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 Dattel? Wie viel Überraschung? Äh, oben drauf ist ein Feigendip sozusagen. Okay. Cool. Super. So, dann haben wir hier Gemüse-Sticks. Und dazu soll das hier gedacht sein, wer mag. Also fermentierter Käse. Fermentierter Käse. Und mein Pocos Hackbar. Mit Revoulagnac oder wie hast du den gemacht? Gibt was? Wie hast du den Käse gemacht? Na, ähm. Hat übrigens seinen eigenen Youtube-Kanal. Wenn ich nicht vergesse, verlinke ich den. Vergiss das. Schreiben sie in die Kommentare. Also, wo ist der Käse? Und dann habe ich das Cashews eingereicht und dieses Hefeflocken. Ja. Genau. Richtig. Und dann einfach gewartet? Und dann einfach abgewartet. Und das ist mein... Und das nennst du dein Käse? Und das ist mein Huffas Hackbraten als Hackbällchen-Format. Da habe ich das Video sogar gesehen. Ja. Auch ich mal. Ich krieg das bis hier hinten. Oh ja. So geil. Sehr geil. Ich durfte sogar vor jedem ein Bällchen da sein. So. Dann haben wir hier, da hat jemand schon drauf geschrieben, was ist. Da wollte ich mit mir reden. Okay. Ja. Ist halt ganz schön viel drin. So. Dann frisches Obst und Gemüse. Schwarztee. Der hat wahrscheinlich mein Video gesehen, wie ich den Tee getestet habe, indem ich den gegessen habe. Aber normalerweise ist das ja nicht so Usus. Okay. Frisches Obst, frisches Gemüse. Was haben wir hier? Hefeflocken und Kräutersalz. Und Kräutersalz. Dann haben wir Gurken. Was ist das? Sauerkraut? Sauerkraut. Ja. Das ist ein Würsing-Salat und einmal Würsing-Chips. Okay. Dann weiter frisches Obst. Dann haben wir hier einen. Ja, das ist Avocado mit Blaubeert und Zimt und Pinienkern. Okay. Schade. Warum schade? Das Avocado drin ist. Aber die anderen essen das bestimmt sehr, sehr gerne. Was ist hier drin? Aufmachen. Mach doch mal auf. Ich habe nur eine Hand. Ich opfer mich. Ja, danke. Ich hatte übrigens einen eigenen YouTube-Kanal. Wow, frische Datteln. Ja. Oder? Ja. Wow. Sehr geil. Ach, da hat jemand einen persönlichen Wunsch geäußert, ne? Ja. Da war das, du warst das. Hier kann man auch Wünsche äußern. Hier haben wir nochmal Frischkost-Sauerkraut, also nicht erhitztes Sauerkraut. Das ist sehr, sehr gut. Dann die Möhren. Das sind die gesündesten Möhren. Generell könnt ihr euch merken, wo die meiste Farbe drin ist. Das ist meistens das Beste. Außer beim Brot. Da wird gecheatet. So, das ist ein Obstsalat. Ja. Ein richtig reichhaltiger Obstsalat. Sehr geil. Dann haben wir hier wieder Mandarinen. Wir haben hier Sprossen. Wir haben hier, jetzt müsst ihr mir mal helfen, was das ist. Also das ist von Maik, bin ich sehr sicher. Von Max. Von Max. Max hat auch einen eigenen, ach nee, er hat einen eigenen Block. Ich habe einen eigenen Block. Und wenn ich den nicht vergesse, dann verlinke ich den auch. So, das sind getrocknete Tomaten. Und das sind Buchweizen-Bananen-Kekse. Die haben gut geschmeckt. Die hast du schon mal mitgebracht. Die habe ich bis jetzt immer mitgebracht. Die schmecken richtig gut. Und Sprossen. Nein, das sind nicht meine. Was ist das? Das ist Süß-Suppin gekeimt. Süß? Gekeimt süß? Mit Sojasoße ein bisschen dran? Nee. Echt nicht? Naja, wir haben ja Kräutersaal jetzt da hinten. Das Kräutersaal lässt sich sehr gut ergänzen. Und grüne Alfa-Alfa-Sprossen. Und grüne Bananen. Nein, die sind nicht von mir. Wer hat die unreifen Bananen mitgebracht? Natürlich keiner. Niemand will sich ja schämen. Die hat es jetzt hier gemacht. Das hier willst du selber sagen, was da drin ist? Datteln, Mango, Karob, Leinsam, Hanfsam und Erdnüsse mit Schokolade. Und die sind Raw Spirit Approved. Die schmecken ziemlich geil. Das dauert ungefähr 10 Sekunden, dann schmecken die erst geil. Weil dann das Mango-Püree irgendwie erst da durchkommt. So, das hier ist Buchweizen mit Zitronenabrieb, Kokosflocken, Datteln, Vanille, Rosinen. Einfach eine süße Paste. Sieht nicht so toll aus, aber schmeckt total genial. So, und das sind hier Cookies? Ja, das sind Schoko-Brownies. Okay, Schoko-Brownies. Ja, genau. Das sind Mandeln, Walnüsse, Datteln und Kakao-Wettel. Okay, sehr geil. Dann frischer Ananas, immer geil. Das ist ein Würsingsalat? Nein, doch, ein Würsingsalat. Wer hat den gemacht? Jemand. Würsing ist okay. Würsing ist okay. Das ist gut. Okay. Das hat echt keiner gemacht hier? Das kennst du nicht? Äh, ich. Ah! Einfach eher Grunfall und so eine Blumen. Ah, okay. Und das auch von dir? Nein, von Matthias. Das ist von mir. Matthias, was ist das? Wo ist denn der Keller? Nein, da nimmt man den Löffel. Ja, das ist doch, das ist doch, ähm, verbesserungswörtlich. Was ist das? Das ist so eine Art Chili mit Mungenbohnen. Blumenbohnen und Sonnenblumenkerne. Okay. Also gerade die Schaf sozusagen. Nee, ich hab's nur ganz leicht geschenkt. Naja. Ich kenne die Löffel. Nee, es ist echt. Okay. Ja. Na ja, gut, dann können wir uns schmecken lassen. Nur mal als Information für alle Hunde da. Da hinten spielen auch Kinder. Ich weiß gar nicht, dass es ihnen da ist. Und last but not least, nach all den Menschenmengen, ist sie tatsächlich noch erschienen. Unsere Silke. Wir sind jetzt, wir waren halt über 30 Leute. Viele liebe Menschen. Und es hat sich echt angefühlt wie ein ganz normales, ganz normales Potluck. Ich hoffe, ich konnte ein paar Eindrücke aufsammeln, weil ich war echt ein bisschen viel mit Reden beschäftigt. Und ja. Vielleicht mach ich da wieder Silke noch ein kleines Abschlussreview. Das war auch ein bisschen witzlos, weil sie war ja die ganze Zeit nicht da. Sie kann ja gar nichts sagen. Dann kann man gar kein Abschlussreview machen. In dem Sinne. Aber dann machen wir das einfach spontan. So Silke. Wie war's denn heute? Unser Abschlussvideo. Wie war's denn heute beim Rogosport? Also kalt, sonnig, nette Menschen, kann ich schon mal sagen. Das stimmt. Nette Atmosphäre hier. Das spüre ich sofort. Vertraute Gesichter, neue Gesichter. Ja, das reicht eigentlich als Review. Und ein strahlender Christian. Ja, es war wirklich. Heute, ich kann es dir sagen, das war ein Potluck. Das hat sich angefühlt wie im Sommer. Es war von der Anzahl ungefähr das gleiche. Die Sonne war da. Menschen total herzlich und es hat richtig geil heute geschmeckt. Es war ein perfekter Potluck wirklich heute. Also ist noch ein perfekter Potluck. Geht erst los jetzt mit dir. Ja, gut. Na gut, dann deine Sachen sind fast... Du willst ja nichts essen, ne? Ich esse nichts. Okay, na dann. Und das war es jetzt wirklich? Ja, das war... Also... Mehr Resümee gibt es nicht? Nö. Okay, ganz spontan. So spontan, so nie. Ja, ich dachte einfach mal jetzt. Okay, tschüss. Nahtalun. Nahtalun. Guten Morgen!